Frieden schaffen ohne Waffel! Frieden schaffen ohne Waffel! Wir brauchen Ärzte und wir brauchen nicht nur die Schulmedizin. Wir wollen auch die Heilpraktiker behalten. Das ist eine unserer Forderungen. Wir wollen wissen, ob die Corona-Maßnahmen aufgearbeitet werden, ob die Verantwortlichen zur Rettenschaft gezogen werden für Impfschäden, die es gibt, obwohl vorher gesagt wurde, es wird keine geben. Wir wollen wissen, was in unseren Lebensmitteln ist. Die Kennzeichnungspflicht für Insektenmähen reicht uns nicht. Wir wollen wissen, wie wir unser Leben absichern können. Und somit die Sicherheit nach innen, brauchen wir eine Sicherheit nach außen. Nie wieder Krieg, nie wieder Aufrüstung, kein Überfall mehr auf andere Länder. Die Sicherheit für 59 Euro. Das ist das Spass, will ich das Spass! Niger hat die größten Uranvorkommen, die zurzeit Frankreich benötigt, um die Atomkraftwerke zu betreiben. Die neue Regierung dort, die sich an die Macht geputscht hat, ist eine Militärregierung. Diese Regierung verweigert zurzeit mit Gold- und Uranausfuhren. Deshalb hat Frankreich offensichtlich mit den westafrikanischen Staaten der Mannschaften beschlossen, dort zu intervenieren. Da vorne kriegst du auch eine Basiskarte, also für die Partei, 65 Euro. Und ein Care-Paket bekommst du auch für 59 Euro. Ja, also, alles ist abgesichert. Heidrun sagte ja gerade, mit der Sicherheit. Ja, guck, und wenn es passt, ist es dann auch ein Schwarzer. Ja, klar. Das muss aber passen. Ja, klar. Es gibt keinen einzigen guten Kohl zu trinken. Ich will. 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 Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will. Ich will eure Blicke spüren. Ich will. Jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will. Ich will. Ich will eure Stimmen hören. Ich will. Ich will. Ich will die Ruhe stören. Ich will. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will. Ich will, dass ihr mich versteht. Ich will. Ich will. Ich will eure Fantasie. Ich will. Ich will eure Energie. Ich will. Ich will. Ich will eure Hände sehen. Ich will. 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 Wir wollen, dass ihr uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Könnt ihr mich sehen? Ja. Könnt ihr mich fühlen? Ja. Ich versteh euch nicht. Ich will. Könnt ihr mich fühlen? Ja. Ja. Könnt ihr mich fühlen. Ja. 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 Wir wollen euch nicht. Ja. Ja. Ich will. Ja. 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 Friedensschaffen ohne Waffen, Friedensschaffen ohne Waffen, Friedensschaffen ohne Waffen. Friedensschaffen ohne Waffen, Friedensschaffen ohne Waffen. Wir sind hier verfrieden. Freiheit, Selbstbestimmung. Ohne Frieden ist alles nichts. Für Frieden in Deutschland und Weltweit. Wir wollen nicht mehr von einer korrupten, unmenschlichen Regierung belohnt und manipuliert werden. In unsinnige Luftraum, jetzt in der Mausgeld, schüttliche Tests und einer NRS-Arztung, die das Gefühl hat, dass es nicht mehr so ist, 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 die Masken, die GoPro, die kommen! Lass ihn mal! Hallo, die Masken! Die GoPro! Ja, ja, komm! So, das sind so drei Kinder von der Quatsch! Friedensschöpfen! Ohne Waffen! Friedensschöpfen! So, jetzt gibt es noch ein offenes Mikrofon. Da ist das offene Mikrofon. Sprechen Sie laut und deutlich.